Ja, willkommen auf dem Kanal der Backshot Brothers, mit dem Moxys LP zusammen, Max, genau, ich bin Renke. Wie ihr seht, wir haben eine kleine Partie Tiltanels vorbereitet für euch. Wir werden jetzt noch eine spielen. Können wir Regenchen schon sagen, ne, oder? Nehmen wir haben wir im Spiel dann so. Ihr könnt einfach mal auf Moxys LP kommen, da haben wir schon eins hochgeladen. Lasst es nicht, weil das ist nicht wert. Macht wie ihr es wollt. Wir haben jetzt einfach Spaß und ihr dürft zukommen. Wir fangen mit ihm hier an, ne? Au! Wuh! Immer normal. Mein schöner Schläger. Mein schöner Figur. Aufwärmung haben wir jetzt nicht so wie bei deinem Kanal, ne? Ne, wir haben ja uns schon aufgewärmt. Ah, Leute, das habt ihr gesehen. Das war schon schon. Also fang mit Umdi an, der, was entscheidet, wer dann den Ball hat. Mein Finger tut mir gut. Was ist gemacht, ey? Der soll was nicht machen, ich wollte hier das Blatt machen. Ich gehe auch noch umdi. So geht umdi. Und jetzt dürfen wir anfangen. Ich habe jetzt den Ball, den ersten Ball. Wir machen, wer jetzt erst zwei Matches gewonnen hat. Ihr Match, da muss man zwei Ritz haben. Egal, wir spielen. Geht's wirklich? Ja, ja, ja. Eins, nul. Zweieinlöffel, Renke. Steil. Zweieinlöl. Wie ihr seht, ähm, etwas später schon, das glaube ich, sind die neun Uhr oder so. Ja. Halb zehn, aber das ist schön. Ist abgekündigt. Wenn ihr kennt mich noch bei mir, machen wir noch ein paar Videos. Wir sind hier bei Max, wenn ihr das wisst. Also Max-Straße hier. Und eben, ich glaube, er hat nicht gewinnt, das sieht. Jetzt auf seinem Kanal auf einmal ist er gut. Das ist unglaublich. Wie steht's denn? Rein für dich. Ja. Oh. Nein. Können wir bei dir einen Video, so eine Videoantwort machen, damit ihr seht dann, wie ich. Liedlein gut spiele. Obwohl ich gerade noch nicht schlecht war, also... Nicht schlecht, nicht. Drei, eins, ne? Oh. Drei, zwei. Ne, ich hab noch einen. Jo. Ach, verschenkt. Ähm, vier, zwei. Egal, komm. Nochmal wiederholen. Mir ist das auch passiert. Ja, gut. Wenn du unbedingt da haben willst. Ah, Mücke. Vier, zwei. Lass den Flieger auch gesucht bekommen. Okay, vier, zwei. Ach, schütz. Vier, drei. Deswegen hat er sich so eine scheiß Barmelle. Vier, vier. Vier, vier. Oh. Fünf. Schöner Ball. Schöner Ball. Gott, der hat was richtig weit ausgeholt, ne? Ja. Geil. Ähm. Schütz. Fünf, fünf. Ich bin gespannt, wie ich das selber mir angucke. Ich glaube, das wird mir schlecht machen. Ich gucke mal, ich will mal wissen, wie das mit dem Ball ist, aber man den wirklich gut erkennen kann. Es geht schnell manchmal. Und es ist auch schon richtig dunkel. Mal gucken. Ähm, sechs, fünf. Ja. Sechs. Sieben, sechs. Ah, sieben, sechs. Neun, sechs. Schränke. Zehn, sechs. Zehn, sechs. Ah, so leicht hat sie es. Ah, du hast. Hä? War das gut? War du so? Ah, du hast. Ja, ja. Ich dachte, ich habe auch schrecklich. Ich habe nicht damit gerechnet, aber es ist ja rüber. Mach mal wieder rüber. Einfach wieder über Netzroller. Ah. Ja, okay. Zehn. Zehn. Leute, das ist das Problem am Tisch. Manchmal sind die Schläge kaputt und dann so Löcher drin. Und dann fliegt der Ball da durch. Das ist gerade passiert. Was war das so? Wie seht's? Zehn Siegen. Hab ich? Ja. Also magst du den ersten Satz jetzt gewonnen oder so? Doch. Um das erste Match zu gewinnen, muss ich aber noch einen Satz gewinnen. Äh, sowas. Ähm, ja. Ja. Das war ein Netzroller. Und das war ein Komplettverkehr. 2-0. Boah, der war scheiße. Der war nicht ein Kacke-Geproblem. 2-1. Nein! 2-2. Alter, die fliegen dürfen. Ich glaube, sie mögen eher. Ja, das war. Du hast es. Autsch. Hand. Boah, ich weiß nicht. Ihr seht die Möglichkeit, die fliegen in die Hände. 3-2. Sorry. Das hast du auch nicht damit gerechnet, dass der wiederkommt, ne? Das schon, aber ich hab nicht gedacht, dass da ein Netzroller kommt. Der war scheiße, ey. 4-2 oder 3-3. Hat er denn geführt? Ich weiß es nicht. Sagen wir 3-3. Ja. 3-3. Wir sind echt schlecht im Ziel. Das ist einfach... Sorry. Sorry. Ja. Schön, Max. Ey, aber auch immer ein Netzroller davor, ne? Das ist okay jetzt, ne? Du hast den Punkt, ja? 4-3. Sorry. Oh nein, der Ball ist gerade so ein bisschen durch den Zaun gehört. Mal gucken, ob Renke den zwischen den Spinnen wiederfindet. Das war's. Das war's. Das, was ihr hier im Moment seht, Renke was aufschnappt, ich schmetter, er schmettert zurück. Ich schmettert, er schmettert zurück. Und ich mach ziemlich oft Netzroller. Und deswegen regt ich Renke da immer ein bisschen auf. Renke, lass mir den nächsten Ball. Ja. Renke findet jetzt gerade den Ball nicht. Guck mal, Renke noch mal. Ist da noch einer von mir drauf? Zwei Sterne. Reicht. Na gut. Muss ich noch mal einen von mir mitbringen, weil die waren ja echt gut, ne? Die sind genau. Die sind vielleicht leid. Ja. Kann man mal überlegen. Zwei Sterne sind besser. Ich, wie steht die? Ich hab's gekompliziert, die auch in Künftelung. Fünf, drei? Ne, vier, vier. Vier, vier. Ich hatte erst einen Punkt gemacht, das hat es vier, drei. Oder irre ich mich. Ja doch, 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 ich weiß noch. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht mitsehen. Doch, doch, es steht auf jeden Fall. Wenn wir davor drei, drei haben, es steht jetzt vier, vier. Okay? Ja. Ne, du hast nicht. Richtig. Weil du die mal runtergefallen hast. Ja. Schief, ja. Genau aus gleichem Maul reingefallen, ey. Okay. Kurz konzentrieren. Wo ist er? Ready? Ja. Ah. Aber ich glaube, was ich tue. Schön, dass ich mich schmetze, ne. Hast du was verloren, Max? Nee, das lag das. Ähm. Fünf, vier, fünf. Nee, für dich. Der war von mir aus. Okay. Roller. Oh, sorry. Netz, roll er hier. Fünf, fünf, fünf. Okay. Oh, das war okay. Ex, fünf. Jetzt spiel ich ihn die ganze Zeit über die Plätze. Das ist schlimm. Fünf. Nee, warte. Ja, doch. Klar. Okay, nein, mach weiter. Das war ne Frage. So. Oh, nein. Das ist ne Frage. Gleich wieder. Das ist... Ach, fünf. Ach, sechs. Noch ist nix verloren. Ah, Mann. Zwei Netzball hintereinander ist auch ein Foul. Das heißt, jetzt ist neun sieben. Der wäre gekommen. Ich hab den doch da hinkommen. Ich weiß, ich weiß. Neun ab. Ja. Ja. Neun, neun. Zehn, neun. Ja. Zehn, neun verrenken. Entschuldigung. Jawoll. Eins, eins besetzen. Ich guck mal, ob ich es noch kurz aufnüblichen Speicher. Scheiße, wenn ich... Sieht gut aus. Gut, zehn, neun. Äh, eins, eins mal nicht. Eins, eins umsetzen. Ähm, wer hat sie jetzt... Umgehe. Ah ja, wir umgehe. Jetzt kommt der entscheidende Satz in diesem Match. Ah, ihr Lust los. Ja, das sind die Töne ein bisschen. Hat sie jetzt einen Satz? Ja, jetzt kommen sie aber hier aus, oder? Wow, man. Vorhin noch, vorhin noch. Ne, keine Sorge. Eins, null. Mal kommen, wir kriegen das. Die Bälle sind immer am Stinken, weil man verschenkt und schön beitzt. Mann, hör mal auf. Fertig? Sorry. 2, 1. Ne. Doch, doch. Doch, zehn. 3, 1. Alter, jetzt wird sie eklig mitmachen. Oh, der ist ein bisschen... Misslungen. 3, 1 für dich. Ja. 3, 2. 3, 2. für dich. Ja. Aha. 3-3. 3-3. Zwei Netzroller wieder, das heißt Punkt nicht. 4-3. Und gleich bin ich. 3-3. 6-3. Ehh. Verlänger. Ok. 4. Habe ich jetzt oder so? Ich hab's. Ach voll. 6-5. Ach nein, meine Rückhandel. 6-6. Spannend. Sorry. Ja, der war schon 5, das war gut. Ja, trotzdem. 7-6. Für mich diesmal. Das sind so die kleinen Feinheiten, wo man eine Gegner ausspielen kann, wenn der gerade irgendwie eine ungeschützte Flanke lässt. Da war ich einfach nicht. Die? Die 6 für dich? Ja. Habe ich Aufschlag? Ja. Oho. Sorry. 7-7. Jetzt hab ich. Ah shit, da war zu viel. 18. 9-7. Das ist jetzt der wichtige Satz, also wer der jetzt gewinnt, der hat dann ein Match gewonnen. 10-7. Ja. Also Marc, das erste Match ist gewonnen. Nur eine zweite. Ja. 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 Ist dein Entscheid in der Regel. Ja. Ja. Alles gut. Warte. Match. Ähm. Jetzt passt. Wer ist bei der Aussteuerung? Ist nur ein neues Match. Toll. 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 Junge, das ist unfäter. Nein. Nein. Okay. Weiter. Toll. Toll. Das war knapp. Ja. Toll. Toll. 1-1. Na. Quatsch. 2-0, 3-0. Ja. War der? Nein. 4-0. Also er hat nicht gewonnen. Ja. 4-0. Ja. Nein. Okay. Jetzt darf ich ihn nicht scheiße bauen. 5-0. Fertig. 6-0. Geist doch. 6-0 verrät hier. Nein. Jetzt hat er wieder doppelt Netzrotter gehabt. Es steht bei der erste Punkt 6-1. Sorry. 1-2. 6-0. 6-0. 6-0. 3-0. Der war irgendwie komisch anzunehmen. Okay. 6-0. Ne. 6-0. 7-3. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 7-0. 6-0. 8-0. 8-0. 9-0. 9-0. 8-0. 8-0. 7-0. 9-0. 9-0. 9-0. 9-0. 9-0. 10-0. 9-0. 11-0. 10-0. 9-0. 0-0. Meine Rückkehr müsst ihr wissen, dass es meine schwächere Hand, also da kann ich am aber mittlerweile ist mir auch schon verbessert. Ja, das stimmt wirklich. Und hier nochmal die Information, also wir spielen nicht im Verein, sondern es ist nur alles selbst beigebracht. Beziehungsweise, was soll man da beibringen? So gut ist es auch nicht. Nein! Der war voll verwendet. Die kriegen gar keinen schönen Spielzug mehr hin. Ja. 8-5. Ja. Glückab. Ja, ich schmier hier immer wieder hin, du bist dumm. Da kommt deine Rückkampf. 9-5. Ah! 9-6. Und da ist das 9-7, Leute. Ja, ich schmier hier immer wieder hin, du bist dumm. Oh, komm, 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 komm. Wenn die auf den Fernseher. Ah, Mann! 9-8. Oh! 10. 10. Nein! 10-9. Oh! Sorry, sorry, ich hab nicht bewahrt. Du bist normal. Ja, das war jetzt zu schnell von mir. Wir müssen eigentlich immer warten, bis der andere fertig ist. Und das weiß. 10-10. Jetzt geht's bis 12. Genau. Mann, das gibt's doch nicht. 10-10. Ich kann es noch schaffen. Das heißt, ich führe. 11-10. Ich kann es sagen. Ja. Ready? Ja. Erster Ratzzieger. Ja! 5. Oh, Mann! Ready? 1-10. 1-10. 1-10. Yes! Yes! Der war schön wie viel, Marc. Der war echt schön. Der war echt schön. Der von dir! Da hat sich alle Kraft in den Streakter vollgesetzt und dann hab ich nicht damit gerechnet, dass er zurück brachte. 1-0 für dich. Also, wenn er jetzt noch dran ist, dann... das war gerade ein schöner Spielzug. Ey, du hast es auch schnell! Ja, stimmt! Was heißt, das machen wir in Wiederholung? Nein, 1-1. Du machst jetzt einen Aufschlag für mich und dann mache ich den und dann ein bisschen wieder. Also ich mache mit mehr Kraft für mich selber. 2-1 für dich? Ja. 2-2? Ja. Jetzt hast du wieder 2. Jetzt hast du wieder 2. Ah, man. Ja, irgendwie kommt doch nichts zustande. 3-3. Konservationsdeck. 4-3-4. 4-4. 5-4 für mich. Das war es schon wieder schön. Ne, ich habe nicht. Ja. 5-5. 5-5. 3-4. 5-5. Ja, er war nicht mehr, weil er was auch zum Schönsten. Es war richtig. So muss doch mal sein. Ja. Schön warm. Hallo Papa, dann ist meine Brutter. Wir nehmen ja noch auf. Wink mal! Mami! Okay, 6,5 für dich. Ja. War der? 7,5. Nein, jetzt werde ich müde und das will er nicht. Hättest du Info? Meine Mutter hat einfach nur meine Schwester zum Partner. Das will keiner wissen. Ja, nee, ja. Fick dich. Machst du? Ja. Gut. Sauber! Laufen! Laufen für dich. Ja. Ich muss gerade sagen. Gut. 10,5. Du warst nicht bereitet. Ja, egal. F5. Das war eigentlich... Ich war auch irgendwie... Ja. So, jetzt steht ein Match hat Max gewonnen. Jetzt steht es 1 zu 1 im letzten. Und... Genau. Ich denke, wenn er jetzt diesen Satz gewinnt hat, hat er sozusagen in diesem Part hat er unentschieden gemacht in dem Match. Ja. Gut. Um die. Um die, ja? Ich will die mal schön flachen machen, damit du nicht so hart rückspensern kannst. Aber das hast du so aus dem Handgelenk gedacht. Ja, aber sofort schmetter ich auch nicht. Okay. Okay, du kannst es auch nicht. So, jetzt. Sorry. Nochmal? Nein. Das war Rarivro-Kant. Kutsch oder Zahn. Nein, das magst du mal. Nein. Es ist nur um die. Hallo. 0,0. Oh, ich bin aber die Kante. Magst du nur bei ihr? Es wird dunkel. Warte, ich komme mal kurz hinter der Kamera auf Sicht. Kamera, Kamera. Oben, wenn der rote Punkt blinkt, ist noch Aufnahme. Ja. Gut. 1,0 für? Ich. 2 durch. 2,1. 2,2. Das war Kante. Oh, elegant. Sorry. 4,2. Ich hab wieder. Nein, das wollte ich zu schön machen. 5,2 für dich. Oh, sorry. 4,2. Ich hab wieder. Ich hab das immer wieder, hast du keine Schuhe an. Ja, ich weiß ja nicht, stimmt. Sechs. Hey, warte, wie ist denn? Sechs, halt für dich. Das wollte ich nicht sagen. Yo, Leute, so kann das mal gehen, ne? Zwei Verenke. Ah! Das war zu flach. Wow! Sieben, drei? Ja. Jetzt, hola. Ah, das war ja aktiv. Weil ich noch durch nur noch. Hola. Äh, acht? Ne, acht, drei? Doch, ja. Acht, drei. Acht, drei, vier, ich hab noch eins. Egal, neun, drei Verenke. Okay, darf ich mich kurz konzentrieren? Okay. Okay, war fertig. Ich bin wieder raus, aber ja, Mann. Ah, schick. Neun, vier. Ja! Was ist denn da? Werde ich unkonzentriert. Ja, schon wieder. Ja, hier war ich jetzt gleich gebraucht. Eine rosa Tengöle, das ist scheiße. Echt? Neun, fünf. Ja! Ja, neun, sechs. Scheiße, ich dachte, wir gehen. Zehn, sechs. Jawoll! Unentschieden! Ihr habt's überstanden, Leute, ihr habt's überstanden. Was war's? Genau, das ist 1-1, ein Metschen ausgemacht. Genau. Es waren sechs Sätze, viel mehr als bei mir. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr so wollt, schreibt unter die Schatten, in die Kommentare rein. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch durchschnittlich spielt. Schau, Leute. Haut rein. Abbauern und go. Oder? Yo. Mach nochmal irgendeine Grimasse.